2. OM-Derby in Folge in Kloppenburg Vor zwei Wochen kam der Paul Eute zu Besuch. Am Freitag war es der Aufsteiger SV Falkensteinfeld. Bei einem Sieg der BVC konnte sie Tabellenführer werden, mindestens bis Samstagabend. Falkensteinfeld kam mit leichtem Rückenwind nach Kloppenburg. Vorige Woche gewann mit 3 zu 1 zu Hause gegen Union Lohne. Die zwei Kapitäne Christian Dessertat und Zimmermann mit der Schiedsrichter Per Ole Wendland aus Gandergesee und die Linienrichter Paul Lange und Tom Adler. Und das Spiel begonnen vor wieder mal eine enttäuschende Kulisse von noch kein 200 Zuschauern. Und wie erwartet sucht der BVC gleich den Antrieb. Kopfball Dio Ipsilus über das Tor aber auch abseits. Falken überließ der BVC der Ballbesitz. Kurter Schuss Janek Jakobs am Tor vorbei. Benni Bungo gut verteidigt. Joshua Heyer. Ecke Kloppenburg. Kopfball Berger Pofo weit am Tor vorbei. Und erneuter BVC. Janek Jakobs sucht und findet Dio Ipsilus weiter auf Dennis Moy. Vorlage und Benni Bungo trifft der Ball nicht gut. Dann endlich mal Falke über die Mittellinie. Und es wurde gleich gefährlich. Paul Kozenko und Christian Bussmann kommen nicht an den Ball. Doch dann wieder Steinberg. Hallo Christian Bussmann. Jan Ostendorf kann klären. Dennis Moy. Der Ball kommt zum Gegner. Florian Macke zurück auf dem Torwart. Neberling. Dann Freistoß Janek Jakobs. Immer gefährlich. Neberling. Auch dieser aber gut verteidigt. Kloppenburg bleibt im Ballbesitz. Benni Bungo. Wiederum stark verteidigt diesmal Andreas Zimmermann. Dann kommt Tor über links. Alexander Vogel. Der spielt ab. Ball wird vorgebracht. Da steht Paul Kozenko, wird festgehalten. Doch es war Vorteil, aber kein Tor. Also die Schiedsrichter 5. Elfmeter für den SV Falke Steinfeld. Der Übeltäter war Dennis Moy. Paul Kozenko wird ausführen. Und eiskalt verwertet. SV Falke Steinperl führt 1 zu 0 in Kloppenburg. Es war für der BVC kurz schlucken und weiter. Janek Jakobs. Der bringt den Ball vor. Sehr gut verteidigt Florian Macke. Doch es bleibt gefährlich. Quentrem Krasnicki über das Tor. Der BVK Kloppenburg drängte auf den Ausgleich. Und das hätte sein müssen. Aber Derek Ampofo trifft den Ball nicht gut. Der BVC war der Fußball bessere Mannschaft. Doch da gegenüber setzt Falke Steinfeld viel Einsatz. Und hier ist Christian Bussmann weg. Allein ist das Tor. Schuss. Rettung Lukas Kodula. Das war fast das 0 zu 2. Jan Ossendorf. Nico Toben. Gut gespielt auf Ben Drem Krasnicki. Und der spielte Ball auf Benny Bungo. 1 zu 1. Gut herausgespielt. Und der BVC wollte mehr. Und dann folgt eine Sendung von Communicabers. Der Ball wollte nicht ins Tor. Es bleibt 1 zu 1. Guter Versuch, Benny Bungo. Er verfehlt das Tor nur knapp. Dann schwach verteidigt Christian Messerfeld. Christian Bussmann. Und er bleibt am Ball. Und er hat sich mit den Ball. Und er ist jetzt ein Schuss. Und der Ball. Und der Ball. Und der Ball. Alexander Vogel. Falke Steinfeld führt wiederum 2 zu 1 Und dann ist Halbzeit Sehr überraschend führt SV Falke Steinfeld mit 2 zu 1 Noch gar nicht mal so unverdient Drei Chancen, zwei Toren Sehr effektiv Dann die zweite Halbzeit Noch keine 2 Minuten gespielt Ecke Janek Jakobs Und da der Campofu Per Kopf ausgleich 2 zu 2 Einwurf Jan Ostendor Werkampofu verliert den Ball Lukas Tempaus Das macht er gut Und da sieht er Paul Kozenko Und 3 zu 2 Führung SV Falke Steinfeld Schöne Aktion Maxim Rippenetschi Und toll verwertet durch Paul Kozenko Doch es war wiederum ein Abwehrfehler Drei Spieler standen um Paul Kozenko Doch er konnte den Ball in die Masche besorgen Und Toppenburg musste wieder in die Aufholjagd Und Chancen bekamen sie Und sie drückte Falke musste immer weiter zurück Quindrem Krasnicki Und das war ziemlich knapp Alexander Vogel Vorbei Aniko Toben Und bringt der Ball vor Und Lukas Kodula Das hätte die Vorenstellung sein können Doch Doch danach war es wieder Probiert was Kloppenburg Und Das ist schön gemacht Gegen die Querlatte Es war der eingewechselte Enes Moritz Der Druck nahm zu Die Zeit spielte im Vorteil von Falke Die UY Bernie Bungo Bernie Bungo kam zurück aus dem Abseits Immer wieder der BVC Die UY Enes Moritz kommt nicht an den Ball Falke kann klären Dann Freistoß Kloppenburg Berg Ampofo Werd ausführen In die Mauer Bernie Bungo Yannick Jakobs Und Konzertin Nimmerding hat Schwierigkeiten Doch Letztendlich Hatte den Ball Jan-Ole Rahnbrock Ins Spiel gekommen Vorlage Und da Fahre ausgleich Das war sehr knapp Dann nochmal Die Falke Und Nerven Beim BVC Man sah die Spannung Bei den Spielern BVC Koffenburg Janek Jakobs Versucht es alleine Konstantin Nimmerding Passt auf Lässt sich nicht überraschen Dann Michael Abramschik Auch ins Spiel gekommen Ball wird geblockt Kein Fall kann klären Es wird truppiger Von beiden Seiten Was macht Lukas Kudula Da Sein Platz ist unter Die Latte Walpke Versucht Zeit zu gewinnen Kelb für Markteam Rippenetschi Dann wiederum Der BVC Janek Jakobs Er versucht es wieder In die kurze Ecke Konstantin Nimmerding Ecke Janek Jakobs Der Ball will einfach nicht ins Tor Christian Westerfeld Dio Epsilos Gut verteidigt Es ist in dieser Phase Ein Spiel auf ein Tor Doch wenn die Ganz offen machen Dann muss man auch Aufpassen mit Kontern Hier geht Ein Schuss vorbei Und da ist zum Konter Jan Schocke Möller auf Paul Kusenko Abseits Und das nächste Gefahr Vor Steinfelder Tor Dio Epsilos aus dem Dreh Konstantin Niverding Enes Moritz auf Jan Ole Arnbrock Janek Jakobs auf Derek Ampofo Vorlage Und da ist der Dio Epsilos Ausgleich In der 90. Minute Peinlich Für Die Falke Doch Verdient Ist es 3 zu 3 Und es gibt 6 Minuten Nachspielzeit Das gab Der Schiedsrichter An Aber es wurde 10 Wilde Minuten Und es fing an Mit der Rote Karte Für Trainer Wolfgang Steinbach Von der BVC Der BVC Klaut nur noch an 3 Punkte Und setzte Voller Druck Enes Moritz Janek Jakobs Und Konstantin Niverding Und hier wird Abseits gegeben Knapp Aber es kann sein Und auch diese Linienrichter Meinen Dass er Schiedsrichter ist Das haben wir vorige Woche Auch gesehen Bei TVD Gegen heute Ich meine Er überschreitet Seine Kompetenz Schiedsrichter Pfeift hier nicht Ich meine Es war auch ein bisschen Theater Arnbrock Verfehlt den Ball Und Foulspiel Hier hat der Schiedsrichter Kälb ziehen können Und dann Ist der Bär los Alle Spannung Kommt raus Aber ganz schönes Bild Es beruhigt sich wieder Und was macht der Schiedsrichter Und was macht der Schiedsrichter Gelb für Lukas Kodula Dann Gelb Bei Steinfeld Aber ich weiß nicht Für wem Und rot für Derek Ampofo Kann gerecht sein Aber dann hätte er auch noch andere Ein rote Kart geben müssen Denn er war nicht der Einzige Der Die Foulspiele ließ Schädel Regen Die Foulspiele erleicht Een Rote Deine und noch mal drei extra spielminuten freistoß christian westerfeld leichte panik bei steinfeld kein dreier aber ein punkt wollen wir nach hause nehmen und dann ist das spiel vorbei alles andere als langweilig sechs tore zwei rote karten spannung ein bessere mannschaft natürlich wie verkopfen wohl aber ein kämpfende mannschaft auf steinfeld 3 zu 3 publikum hat viel gesehen ein echter derby ich sage tschüss bis zum nächsten mal euer niederländer